Die Strennschule gleichmäßig über den Packer verteilen. War gut, war gut. Ich wollte mich mitnehmen. Die SAG ist immer eine gute Investition. Man sollte sich wirklich auf deren Portal informieren, welche Kursangebote es dort gibt, um seine Mitarbeiter dort schulen zu können. Die Referenten, die dort tätig sind, sind alle qualifiziert und hochwertig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ... ...